ja servus und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft auf meinem kanal heute ist eine ganz besondere folge denn heute geht uns ein licht auf wir gucken jetzt mal dass wir uns eine fackel herstellen können sogar vier können wir uns herstellen sehr schön da haben ein bisschen licht hier ein bisschen licht ein bisschen sonne das ist ja so schön oder wie war das gab es nicht so ein lied irgendwie ich meine schon bin mir aber jetzt nicht sicher so das grün kann sich ausbreiten habe ich kein problem mit so 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 wir haben wir uns mal ein bisschen erde mit so so wir haben hier eine kleine Brücke rüber eventuell schauen wir mal müssen wir auf jeden fall einiges tun hier gibt es wirklich einiges zu tun jetzt einiges einiges so dann wollen wir mal wie bauen wir denn am besten das Haus jetzt machen wir am besten ein kleines Haus erst mal zumindest erst mal machen wir den Boden aus Bruchstein das wäre die beste Lösung hier so 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 jetzt fängt es an noch an zu regnen wird relativ klein aus kann das sein kann das sein dass das relativ klein aussieht ich glaube das sieht aber nicht nur so aus dass sie so klein habe ich so ganz übel den Verdacht wir brauchen einfach mehr Platz hier glaube ich so wir werden die Werkbank aber erstmal wieder neu ausstellen wenn wir da auf jeden Fall safe sind so jetzt werden wir mal nach Holzkohle suchen haben wir da irgendwelche Möglichkeiten weiß ich nicht das ist das ist es wird schon hier erde So. So. Ganz schön dunkel wieder. Nein, nicht Inventar. Nach vorne gehen. So. 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 holz sein mehr kohle bekommen und fackeln herstellen können wir mal fackeln sind jetzt gerade sah und damit ihr auch was seht so auch der bomb ist bald finito fackel so das wäre es jetzt auch für diese folge gewesen wir werden jetzt solche dinge aussammeln wir werden hier mal eben hier Erde setzen jetzt hier einfach schön aussieht äh 6 ich kann nämlich hier schon wiese wachsen und dann sieht das auch schon einiges besser aus dann eventuell so ich würde sagen das war es für diese folge ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin servus und tschüss jetzt